Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Swerger Jessen und ich habe eine super Nachricht der PoE.de Patch ist da. Was bedeutet das? Die deutsche Lokalisierung für Path of Exile ging heute online. Jetzt müsst ihr natürlich nachschauen, okay wann hat er das Video hochgeladen, geht das Ganze schon, startet einfach euren Client und dann lädt ihr das Ganze runter und dann könnt ihr das ganz normal umstellen und euch für die deutschen Übersetzungen, die teilweise noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, also ich möchte das hier nochmal anbringen, es ist der erste Step, das bedeutet wir haben eine Teilübersetzung, also das was ich bis jetzt gesehen habe, sieht schon mal sehr sehr gut aus, ein paar Sachen sind garantiert gewöhnungsbedürftig, wenn ihr das Spiel vielleicht schon auf Englisch oder in einer anderen Sprache genossen habt, da müsst ihr euch ein bisschen umstellen, aber man findet sich natürlich doch etwas leichter zurecht. Also ihr seht hier schon, man kann ganz normal umstellen an dem Aufbau und so weiter, hat sich ansonsten natürlich momentan noch nichts geändert, also wir haben jetzt mal eine Übersetzung der elementaren Items und auf jeden Fall, was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr neu in dem Spiel seid oder wenn ihr erst wenige Stunden habt, vielleicht mal ein ganz kurzer Blick in das sogenannte Compendium, ist so ein bisschen wie das Journal in World of Warcraft, hier werden diverse Sachen einfach erklärt, also jetzt was ich gesehen habe, war es großteils auch schon alles übersetzt, also hier wurde echt jede Menge Übersetzungsarbeit geleistet und da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken, nehmt euch hier mal die 5 oder 10 Minuten, um hier ein bisschen durchzuschauen, was denn so möglich ist, hier wie die Seltenheitsstufen, welche Stufen, Qualitätsstufen von unterschiedlichen Items es denn so in Pass of XL gibt, was man mitnimmt, was man liegen lassen sollte und natürlich auch, wie das Ganze mit diesen Attributensystemen und Sockel funktioniert, denn ihr werdet natürlich merken, wenn hier diverse Sockel oder Edelsteine verschwinden, dann habt ihr natürlich ein kleines Problem, denn dann sind auf einmal auch die Skills weg, also das sind so Sachen, da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, auch wie das Ganze mit eurer Truhe funktioniert, das ist nämlich nicht so selbsterklärend und auch vielleicht ein Blick auf dieses Währungssystem, das meiner Meinung nach im BOE echt relativ unübersichtlich ist, also da muss man auf jeden Fall mal einen genauen Blick riskieren, und sich ein bisschen Zeit nehmen, um hier auch mal auf das Compendium zu schauen, denn das sind eben die Sachen, wenn man noch keine, ja sag ich mal, Spielstunden in BOE investiert hat, dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich, am Anfang neben dem Skillbaum, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, gibt es nämlich noch diverse andere Aspekte, die man sich auf jeden Fall mal im Detail anschauen muss oder anschauen sollte und dann kann man hier mal getrost losfarmen. So, neben den ganzen Währungssystemen, das wird sowieso mal ein einzelnes Video werden, also wir werden das hier langsam aufbauen, das bedeutet für die, die das Ganze von Diablo gewohnt sind, wir werden euch ein bisschen bei Diablo abholt und dann versuchen in Pass of Excel in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahren ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, denn dann spielen wir ja schon alle die vier, aber da euch auch ein bisschen mitzunehmen und einzuführen, denn ihr seht schon, auch die Charakterangaben, die Skills und so weiter sind jetzt hier gut übersetzt, man hat dann einen guten Überblick, aber es ist eben neben den drei Main-Attributen, wie ihr hier schon seht, Intelligenz, Stärke und ich glaube Geschicklichkeit, das Grüne, das Grüne muss einfach immer Geschicklichkeit sein. Wenn ihr hin und wieder die Worte hört, wie eben zum Beispiel Geschicklichkeit, Intelligenz oder sonstige Sachen, einige Sachen schwimmen natürlich von Diablo her mit, da müsst ihr das Ganze verzeihen, das ist halt einfach so. Der Skillbaum, ja, wurde natürlich mit dem Deutsch-Batch nicht verkleinert, ist eh so klar, das ist auch das Kernelement des gesamten Spieles, dass man hier einfach theoretisch, ich wiederhole es nochmal, theoretisch die Möglichkeit hat, mit jeder Klasse einfach alles Mögliche zu spielen. Also die Bildvielfalt ist im Vergleich zu anderen Action-Roleplays ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen tiefer. Also das Ganze, hier hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, um darauf im Detail eingehen zu können, da muss man auf jeden Fall mal einen genaueren Blick riskieren. Und deswegen auch der ganz, ganz wichtige Hinweis, ihr müsst, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ihr müsst schon vorher wissen, in welche Richtung ihr gehen möchtet. Jetzt denkt ihr euch, was meint ihr damit? Und das Ganze bedeutet folgendes, wenn ihr euch für eine Klasse entscheidet, wäre es schon nicht schlecht zu wissen, okay, ich möchte das in dieser Konstellation spielen, denn wenn ihr dann später dort seid, oder wenn ihr hochlevelt und eure Talentpunkte vergebt, damit hier nichts schief geht, also damit ihr das Ganze schon wisst, okay, ich muss im Talentbaum in diese Richtung, ich brauche diese und diese Talente, um dann später das spielen zu können, denn wenn ihr dann auf Level, sage ich mal 50 plus, 70 plus, wenn ihr dann draufkommt, oh, das Ganze möchte ich gar nicht, dann ist es effizienter, eine neue Klasse zu leveln, als wir hier anfangen zu reskillen, weil das ist nämlich nicht unbegrenzt möglich. Die Wortwahl ist gezielt weit gewählt, denn man hat natürlich immer wieder ein paar Möglichkeiten, aber das Ganze ist natürlich mit enormem Aufwand verbunden. So, aber jetzt mal noch, abseits von dem, wollte ich euch noch kurz nochmal die Map zeigen, welche ihr mit Tab einfach öffnen könnt, ihr seht schon, das wird einfach so overlayt, dann könnt ihr dann im Hintergrund weiterlaufen, es gibt diverse Symbole auf der eingeblendeten Karte, wo ihr hin müsst, wo ihr Quests erledigen könnt und so weiter, und dann gibt es noch diverse Addons, Plugins, wie man das auch nennen möchte, also es gibt externe Programme, die hier im Pass auf Excel durchaus erlaubt sind und in Diablo eben nicht, wo ihr dann zum Beispiel Sachen wie Lootfilter oder so weiter einstellen könnt, das ist dann in einem späteren Verlauf durchaus erstrebenswert, vielleicht zum Beginnmal des Spiels nicht, da hebt ihr einfach alles auf, was hier so rumliegt und erfreut euch daran, kommt dann erst in einem späteren Verlauf drauf, dass das Ganze ja hier eigentlich nur weiße Items sind und dann beim Schmied mehr oder weniger zerstört werden kann und das Ganze führt dann einfach nur dazu, dass ihr praktisch ein bisschen, ja, ein paar Mats gefarmt habt. Viel zu wenig oder sagen wir mal viel zu Aufwand für viel zu wenig, denn das Inventar ist hier so klein, da müsst ihr genau wissen oder idealerweise solltet ihr genau wissen, was ihr hier mitnehmt, denn die weißen Items nicht. Also so ein Lootfilter macht dann folgendes, es wirft mal oder es verhindert, dass solche Items angezeigt werden, dann werdet ihr nicht mit der puren Item Madness erschlagen, sondern da kriegt ihr dann nur noch die Items, die ihr benötigt. Aber wie gesagt, mal zu Beginn für die ersten 30, 40 Levels, könnt ihr ruhig mal ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen das Ganze schnuppern, mal schauen, wie das so funktioniert und damit einen guten Einstieg zu haben. Also was wir bis jetzt gesehen haben, ist schon sehr, sehr viel übersetzt, das macht schon mal alles einen super Eindruck und wir freuen uns drauf, mit euch gemeinsam eine Runde zu spielen. Und dafür riskieren wir jetzt mal kurz einen Blick in die Übersichtsseite, also bevor ihr einen Charakter erstellt. Wie sieht das Ganze aus? Standard, Upbringer und natürlich eine Hardcore-Version davon. Also im Endeffekt, wie das Season-System in Diablo Standard ist, so eine Art Non-Season und dann gibt es eben die aktuelle Season, die im 3-Monats-Takt durchwechselt, wo dann eben auch die Charaktere wieder zur Non-Season werden. Also das ist gleich oder sehr, sehr ähnlich, wie es auch in Diablo ist. Also zu Beginn, wenn ihr das erste Mal spielt, sollte man vielleicht von Hardcore ein bisschen abraten, da könnte es nämlich sehr schnell schief gehen. Ja Freunde, jetzt müsst ihr euch nur noch für eine der Klassen entscheiden, je nachdem, 6 oder 7, ob ihr alles freigespielt habt oder nicht. Also ganz zu Beginn habt ihr 6 Klassen zur Auswahl. Da nehmt ihr einfach mal das, was euch am meisten anlacht und dann könnt ihr schon hier das Universum von Path of Exile erkunden. Also gebt dem Spiel mal eine Chance. Ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man sich da mal ein bisschen reinlebt, dann kommt hier ein richtig gutes Farm-Feeling auf und da sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Noch dazu, weil das Spiel kostenlos ist, das habe ich in den 8-Minuten-Video noch nicht erwähnt, ich sage es nochmal, das Spiel ist kostenlos. Ladet es euch runter, stellt euch einen Charakter und los geht die Party. Untertitelung des Spannungsgerichtes